Also jetzt hier schnell zwischen Tür und Angeln. Livestream geht jetzt weiter, oder nicht geht weiter, jetzt hier ein neuer Livestream mit EO4. Ja, ich bin anscheinend inzwischen so illenkreativ und durchgedrungen, dass ich im Stream EO4 spiele, sonst hätte ich es wahrscheinlich privat gemacht. Jedenfalls mit Distanz, ich habe die Runde vorbereitet, es müsste alles funktionieren, hoffen wir es. Ja, gut, dann hoffen wir mal, dass es nicht wieder so eskaliert wie letztes Mal. Und ja, dann bis gleich auf twitch.tv, Link unten in der Videobeschreibung. Ne, Qualitätseinstellungen müssen vorhanden sein. Ist aber auch wieder so ein starkes Hoffen. Also, bis gleich.